Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen, über diesen Boss. Weil ich es einfach nicht mehr konnte. Gestern. Und hoffentlich... hilft das. Hoffentlich hilft das. Also, let's go. Der gute Puppenkönig. Ah, den Zweiten vergessen, wenn er von... von meiner Seite links... haut. Mist, zu spät. So, jetzt geht es in die zweite Phase. Ja, nee, okay, dann muss ich weg. Alter Schwede, der ist einfach so krass. Okay. Nee, 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 lass mich weeeeg. Fuck. Immer diesen Doppelten, ey. Es ist... Ich komme nicht mit seiner zweiten Phase klar. Wieder alle Heilungen weg. Ich komme nicht mit seiner zweiten Phase zurecht. Ich komme nicht mit seiner zweiten Phase klar. Mann, 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 Mann. Wahnsinn. Und das war ja noch nicht mal ansatzweise das Ende der ganzen Angelegenheit. Das wird ja noch viel übler. Dann bist du ja noch nicht mal ansatzweise der Angelegenheit. Oh, nee. Jetzt ist er früh in der zweiten Phase. Ich krieg den Block hier nicht richtig hin. Ich krieg ihn nicht hin. Nee. 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 Ich krieg ihn nicht hin. Ach ja, das kann er ja jetzt wieder. Oh Mann. Es fühlt sich genauso an wie gestern. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Vielleicht mal eine andere Waffe probieren? Nee, das macht keinen Sinn. Irgendwie versuchen mehr auszuweichen anstatt zu blocken? Weiß ich nicht. Fühle ich auch nicht so richtig. Fühle ich nicht. Oh je, oh nee, nah hin, nah hin. Ah, Mist. Nein, warum tue ich das? Okay. Immerhin, immerhin mal in die dritte Phase. Immerhin mal in die dritte Phase. Nichts in die dritte Phase. Scheiße. Und wieder durch die zweite Phase quälen. Oh, Mann. Let's go. Und eine neue Runde. Eine neue Wahnsinnsfahrt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Das sind halt erst 10 Minuten. Das fühlt sich schon wieder an wie eine Ewigkeit. Ja. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Ja, sehr gut. Okay. Zweite Phase scheint mittlerweile zu gehen. Ha, 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 ha. Ey, alter. Ne, da kommt immer noch einer und noch einer und noch einer. Bis zum Drift. Ey, und dann kommt mal zwischendurch kommt so einer und mal kommt keiner und dann... Fuck. Boah. Gut, aber ja, ich muss die dritte Phase üben. Das ist einfach noch nicht drin. Es geht jetzt voran. Es geht voran. Ich kann ihm beim Übergang zur zweiten Phase viel Schaden machen. Das hilft sehr. Dieser Kronleuchter, der da wackelt, ne? Ist auch sowas Nerviges. Ja, ich muss die dritte Phase. Oh oh, das war nix. Scheiße. Scheiße. Ja, sehr gut. So. Fuck, da muss ich ausweichen. Scheiße, Mann. Ey, komm. Ey, come on. Äh, nein, ausweichen. Ey, ich krieg den richtigen Block nicht hin. Oh Gott. Warum zum Teufel? Habe ich so einen seltsamen, hat der, warum kriege ich das Timing nicht hin in der dritten Phase? Nur drei, viermal, vier, fünfmal hintereinander den richtigen Block und dann ist seine Waffe kaputt, dann habe ich es wahrscheinlich so viel einfacher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, weil er gerade in den Übergang ist zur nächsten Phase. Nein, nein, danke. Nee, das ist, glaube ich, Mist. Nee, geht. Komm, ey. Ja, ist ja gut. Das war nicht so toll. Das war nicht so toll. Manchmal, okay, Instant Death in der dritten Phase. Manchmal dreht er sich zweimal in der Luft, manchmal einmal und schlägt zu, manchmal so viel. Ich würde so gern die dritte Phase üben. Nur die dritte Phase. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, Leute, 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 Leute. Ob das was wird, ob ich hier jemals durchkomme. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Unnötig. Nein, nicht reinhüpfen. Hallo? Mein Schlag war, also, boah. Oh, klar war ich gerade gierig nach dem Damage, aber... Das muss ganz, ganz knappes Timing gewesen sein, dass seine Attacke dort vor meinem Schlag durchging. Tilo, Alter, danke, er ist sehr gut. Danke, Mann, und schön, dass du da bist. Ob ich sehr gut bin, daran zweifle ich gerade sehr stark. Nee, ach, manchmal bin ich einfach nur dumm. Nicht reinhüpfen. Ja, das wird jetzt wehtun. Oh, war... Oh, war... Yes, nice, 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 nice. Das war okay. Ach, Hünnpeilung noch. Ich komm nicht auf sein Timing klar. Und dann von unten so komisch, dann braucht der Schlag der nächste wieder ein bisschen länger. Ah, ausweichen, tot. Ich komm nicht auf sein Timing klar. Warum? Drück ich zu früh oder zu spät? Ich weiß es nicht. Ich bin keine halbe Stunde an diesem Endboss, an diesem Boss und... Es steht mir schon wieder 50%. Nicht auf 180, aber auf 90 ungefähr. Ich meine, ich habe mir gerade selber auf den Kopf gehauen. Warum auch immer. Das auf den Kopfhauen habe ich gut gemacht. Okay. Läuft. Paul, alles klar. Fuck. Da kommt dann so ein Dicker hinterher. Wenn? Fuck, hörst Du. Oh ja, da kommt so ein Dicker. Ich habe ein Dicker. Oh, nein. Ach, ja. Ah. Okay, also. Für was gibt's das denn? Ich werde mir jetzt hier Unterstützung holen. Vielleicht gucke ich dann in Lies of P noch mal rein. Irgendwann und versuche den ohne Unterstützung zu killen, aber... Ich habe keine Lust, noch mal mich so aufzuregen wie gestern. Deswegen schaue ich mal. Ich habe das noch nie gemacht hier. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe in diesem Spiel noch nie Unterstützung geholt. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Was das bedeutet. Ach, guck mal, da ist einer. Der Bock auf mich hat. Auf... Der mit Schaden austeilt. Haha, das ist das wild. Das macht ja... Das macht es nicht leichter irgendwie gefühlt gerade. Das zu merken und auch so zu machen. Ja, danke schön, Thilo. Danke, danke. Aber... Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr Erfolg habe. Tatsächlich. Naja, doch. Bis jetzt schon. Okay, Phase 2. Let's go. Da kriegt mein... Kumpel direkt hart aufs Maul. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist ja hart wild. Da kriegt mein Schaden. Ja. Da kriegt mein Schaden. Der hat das Gegenteil. Da kriegt mein Schaden. Naja, also er hat auf jeden Fall mal in Phase 2 geholfen Also die erste Oh Gott, ne Jetzt fackelt er auch noch seine Sense an Es gibt ne vierte Phase Es gibt ne vierte Phase Nein Er macht sich noch krasser Es reicht ja nicht Es reicht ja nicht Dass die erste Phase zwei Hälften hat und die zweite Phase hat dann auch noch zwei Hälften Es reicht ja nicht Ich glaub, ich glaub, ich schaff dieses Spiel nicht Wie er nur noch auf mich eingeprügelt hat Aber hart Hart auf mich eingeprügelt hat Nachdem er seine Waffe angezündet hat Ich glaube, ich bin zu schwach für dieses Spiel Ja, also ich sehe Phase 3 Es sind jetzt vier Phasen Der hier hat zwei Phasen und der Nachdem dann die eigentliche Phase 2 startet gibt's nochmal zwei Unterphasen und insgesamt sehe ich das halt als als vier Phasen Aber also das hier finde ich alleine einfacher als mit dem Helferlein Nein, ich wollte nicht reinhüpfen Ich hatte gehofft, ich kann irgendwie unter seinen Beinen durchhüpfen Ging aber nicht Ja, das ist jetzt Da bin ich jetzt rigged Da bin ich in die Ecke geklemmt und da konnte ich nichts machen Das war dumm Das ist wieder Das wunderbare Off-Timing Dass die Gegner hier dann plötzlich an Tag legen Keine Ahnung Was? Ich sehe nichts Ich verstehe nichts Eine falsche Waffe Nee, gibt's eigentlich nicht Es gibt keine falschen Waffen und auch gegen den ist die voll okay Ich krieg nur sein Timing nicht raus Ich hab hier immer das falsche Timing zum Blocken Ich block zu früh oder zu spät Es ist immer das gleiche Das war jetzt gut Das war zu früh Mist, da muss ich ausweichen wenn der kommt Ich muss in der ersten Phase von ihm hier muss ich quasi durchgehend blocken um seine Waffe irgendwie kaputt zu machen Ich hab komplett falsches Timing Ich hatte wieder Ich war so weg vom Timing gerade und er haut dann immer wieder zu und wenn ich dann nicht drücke dann nehm ich die Deckung runter krieg keinen perfekten Block mehr und dann hört er ja auch nicht auf dass man einen kurzen Reset hat sondern er prügelt einfach viermal fünfmal sechsmal auf dich ein Das heißt, wenn du in dem Moment beim ersten Schlag schon das falsche Timing hast kriegst du alles auf die Fresse Du bist Man blockt zwar aber das macht ja trotzdem Schaden den ich nur heilen könnte wenn ich ihm dann danach Schaden machen würde Das klappt aber nicht So und warum warum muss ich ihn am Anfang nur blocken weil ich seine Waffe kaputt machen muss Ansonsten überlebe ich die zweite Phase von der zweiten Phase nicht Ich hätte mir doch mal Aegis besorgen sollen Vielleicht hätte das geholfen Kann ich nicht sagen Da habe ich gedrückt aber wohl zu spät Ich werde mich nicht ich werde mich nicht in der zweiten Phase Ja, das kommt dort zweimal Das ist echt mies, ey Dass ich hier Zwar perfekte Blocks mache, aber sie reichen nicht Okay, aber ich komme zumindest in die dritte Beziehungsweise in seine zweite Phase Komme ich ganz gut So, und jetzt Blocken Meine Heilung hat komplett nichts gebracht Nice Ja, okay, man drückt heilen Und er hat genau den perfekten Konter Nein, da muss ich ausweichen Scheiße Zu früh gedrückt Zu früh gedrückt Zu früh, zu früh Zu früh Ausweichen Hilf Ist schon hart, dass mir auch der Gehilfe halt nix bringt Selbst der Gehilfe Den ich mir holen kann Bringt mir nichts Weil der nur bis zur zweiten Phase überlebt Danach ist er tot Oh, Mann Oh, Mann muss ich auch Fuck, Mann Fuck, Mann Fuck, Mann Fuh, Mann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Es ist... Es hat keinen Wert, ne? Oh, Mann Das Helferlein würde mir nur helfen, wenn ich's schaffe Aber selbst dann kriegt er von der dritten, vierten Phase Kriegt er ja dann so viel Schaden, mein Helferlein Dass es wieder nix bringt Uff, uff, uff Ach, wie dumm ich schon wieder bin Ach, komm Ah, ne, 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 ne Scheiße Ah, reicht noch Ach, ach Ach, ach, ach Ach, ach Ach, ach, ach 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 O V, 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 O V. Pah. 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 Vorhin hat es doch funktioniert, dass ich für zwischen seinen Beinen stehen bleiben konnte. Was hat denn er da gemacht für einen Phasen-Übergang? ja okay zumindest komme ich mit der phase mittlerweile ein bisschen klar fack 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 ich wollte ihn ja nur blocken ich wollte ihn ja nur blocken in der ersten phase damit ich seine waffe kaputt krieg das muss ich machen ich muss unbedingt blocken in der ersten zweiten in der ersten phase der zweiten phase nach ihr wisst was ich meine zu spät ich verstehe nicht warum ich da manchmal unter seinen beinen stehen bleiben kann und manchmal nicht okay 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 klar triffst du das alter halt doch die schnauze wieder ein pattern mit dem ich nichts anfangen kann okay Nein, Mann. Keine Ahnung, wann ich da drücken muss. Zu früh. Da kommt er zweimal. Wieder vier, fünfmal mit irgendeinem Off-Timing. Braucht wieder viel zu lange. Ich drücke viel zu früh beim Anheben seiner Waffe. Zu früh. Keine Ahnung, Off-Timing, weil er wieder irgendeine Drehung macht. Zu früh. Zu spät. Zu spät. Zu rechtzeitig. Off-Timing. Diesmal habe ich gewartet. Er macht wieder eine Drehung. Das ist die erste Aufnahme heute für Lies of P. Ich kann ja auch nicht mal irgendwo anders hingehen. Ich habe alles erforscht. Jede Ecke. Glaub ich jedenfalls. Mir fehlt nur der Dreifaltigkeitsschlüssel für die Fabrik, aber... Oder nee, das war nicht die Fabrik. Das war der Glockenturm. Die Kathedrale. Ach, komm. Warum darf ich dich nicht in deinem Übergang zu Phase 2 unterbrechen? Das ist doch gemein. Zwei Mal. Zwei Mal. Zwei Mal. Zwei Mal. Jo, das war gut. Und jetzt kommt wieder der Horror. Irgendein seltsames Off-Timing wieder. Weil es wieder ein anderer Schlag ist. Diesmal keine Drehung. Diesmal der von hinten. Nein, scheiße. Da muss ich ausweichen. Warum macht er manchmal den und manchmal einen anderen? Diesmal macht er wieder eine Drehung. Nein, scheiße. Kas fala nicht. Hmm. keine ahnung da kam wieder eine drehung wie er manchmal macht und manchmal nicht nach faktor kommt ja noch ein vierter hinterher wegen der drehung wieder zu früh gedrückt dadurch schaden bekommen und gestorben aber es wird ein bisschen besser es wird ein bisschen besser nur tut mir einfach nach jetzt schon meine hand weh weil ich verkrampf weil ich so angespannt bin mir geht so die düse bei der bei dem bei der dritten phase beziehungsweise bei der zweiten phase bei der ersten phase der zweiten phase ihr wisst was ich meine erneut geht mir so dermaßen die düse dass ich meinen controller so umklammere wie ihr es noch nicht erlebt habt ich suche gerade einen passenden vergleich so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, warum drücke ich zweimal Schaden machen? Ach ja, okay, und wieder zu dem Kollegen. Boah, okay, schon wieder eine Off-Timing-Attacke. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich will einen Heiltrank schlucken. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Fuck off, Alter, echt. Ja, ist ja gut, ey. Ja, hey, ja, ja, ich... Warum sollte ich mich auch heilen dürfen? Aber ich habe schon wieder mehr verteidigt als bei den vorigen Versuchen. Es wird, es geht in die richtige Richtung, Leute. Das war jetzt eine Folge, Vollgas, durchgehend, in diesen wunderbaren, toll-design-Boss-Reins-Rennen. Nein, ganz ehrlich, das ist schon ein geiler Boss. Ein geiler Boss-Kampf. Ha! Es wird, ich schaffe das noch. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.